Es gibt ja viele gute Gründe für offene Bildungsressourcen. In der Einführungsveranstaltung werden ja auch einige sehr pragmatische unter anderem genannt, dass es halt rechtlich keine Schwierigkeiten macht, zum Beispiel Digitalkopien anzulegen vom Schulbuch, die man ja einfach braucht, wenn man mit einem Schulbuch arbeiten möchte und BIM im Unterrichtsraum hat. Es gibt auch natürlich noch ganz andere strategische Gründe, vor allem für Hochschulen, warum sie OER massiv einführen. Und da ist natürlich zuerst einmal das MIT zu nennen, die ja quasi den ersten großen Meilenstein in der OER-Bewegung ausgemacht haben, indem sie gesagt haben, sie wollen mit der positiven Botschaft, ihre Materialien zur Verfügung zu stellen, vor allem auch einen PR-Effekt erreichen. Also die haben ganz gezielt OER zur Verfügung gestellt oder Materialien, damit Studierende gezeigt werden kann, wie es MIT arbeitet und eventuell als Studierende gewonnen werden können, was natürlich in den USA sehr attraktiv ist, weil hier wirklich mit vielen Studiengebühren auch gearbeitet wird und auch wirklich Refinanzierungseffekte für so eine Initiative stattfinden können. Und da gibt es andere Einrichtungen, wie zum Beispiel das OpenLearn an der Open University in UK. Die haben jetzt weniger die Idee gehabt, damit PR-mäßig Studierende zu erreichen, denen auch die Auswahl zum Beispiel für ein Schulfach zu erleichtern, sondern die wollten eigentlich wirklich ihre Lehre und das Lernen innovieren. Und da ist natürlich das Feine, dass mit so einer, praktisch mit einer Abstimmung, dass man in einem Rahmen von einem Wiki zum Beispiel eine entsprechende offene Lizenz verwendet, ganz klar ist, in welchem Rahmen ich zusammenarbeite. Das heißt, da ist einfach klar, wenn ich da mitmache, dann wird auch mein Content zur Verfügung gestellt. Denn bei OpenLearn ist eben die Idee, dass zum einen die Studierenden aktiv an diesen Initiativen mitmachen, wo es darum geht, OER im weitesten Sinne zu erstellen, also Erfahrungen auch zusammen mit dem OER. Aber auch, was eben wichtig war für die Initiatoren dort, dass Externe einfach sich bereit erklären, da mitzumachen und auch Impulse quasi einsetzen. Also der eigentliche Gedankepunkt ist hier, nicht nur ein offenes Lernsetting zu gestalten, also wo Lernende quasi aktiv in der Rolle der Gestalter mitmachen und mitwirken können, sondern dass eben auch Impulse möglich sind für wirklich Innovationen, also für Lerninnovationen an der Hochschule beziehungsweise hier spezifischer im Bereich von OpenLearn. Also diese offene Innovation, also diese Möglichkeit, dass man grenzübergreifend oder institutionenübergreifend zusammenwirken kann, zeigt sich natürlich vor allem auch über den deutschsprachigen Raum, vor allem bei den Modellen, die wiki-basiert im weitesten Sinne arbeiten. Also wo quasi klar ist, also angefangen bei der wiki Wikipedia, die allerdings natürlich durch die Struktur und die Idee einer Enzyklopädie zu sein, sehr starke Limits setzt, auch an die Inhalte, bis zu eben Zoom-Wiki oder anderen wiki-basierten Systemen, dass hier einfach durch diese Öffnung und die Öffnung auf der einen Seite und durch die klare Regulation im Sinne auf, was passiert mit meinem Inhalt, den ich da einstelle, einfach eine gute Basis ist, um diese Kooperation zu schaffen. Und ja, und das wird eben auch ganz gezielt eingesetzt von einigen Einrichtungen, die diese Möglichkeiten suchen. Ja, von einer OER-flächendeckenden Verbreitung sind wir noch weit davon entfernt. Gerade im Primarschulbereich kann man ja überhaupt nicht annähernd davon sprechen, dass OER überhaupt Fuß gefasst hat. Und gerade da erwarte ich mir oder erhoffe ich mir sehnlichst eine Initiative, dass erste Schulbücher wirklich als OER zur Verfügung gestellt werden. Und was dann passieren würde, also wenn jetzt quasi, wenn es eine Möglichkeit gäbe zu sagen, dass alle Schulbücher, die momentan enteingesetzt werden in der Primarschule, auf einmal OER wären, also wenn so ein Szenario realistisch wäre, aufgrund vielleicht auch von der Urheberrechtsveränderung oder so, dann würde das zum einen für mich bedeuten oder ich würde erwarten, dass wahnsinnig viele digitale und auch sonstige Lehrmaterialien auf einmal zur Verfügung gestellt werden können, die in den Schubladen und digitalen Archiven von Schulen und Lehrerinnen quasi vor sich hin siechen, nur in einzelnen Klassen eingesetzt werden, die aber nun auf einmal veröffentlicht werden dürfen, weil es halt vorher nicht möglich war, weil es nur kleine Varianten von den Materialien waren, die im Schulbuch stehen. Was ja sinnvoll ist für den Schulbuchunterricht, aber wenig sinnvoll für unsere Art des Lernens, wo auch Eltern gerne unterstützen würden, wo es auch Nachhilfeeinrichtungen gibt und wo auch wahrscheinlich oft ganz coole Sachen dabei sind. Also ich weiß zum Beispiel selber, meine Töchter haben auch ihre Vokabeln online eingetragen in eine Lernkartei, die sie mit einem Mausklick öffnen könnten und anderen zur Verfügung stellen könnten, was uns aber nicht möglich ist durch die Einschränkung des Urheberrechts, weil ja auch die Reihenfolge der Vokabeln und die Auswahl urheberrechtlich geschützt ist. Also zum einen würde ich mir erwarten, wenn es hier wirklich eine schnelle Überarbeitung geben würde, im Hinblick auf, jetzt ist alles OER, was unrealistisch ist, würde auf einmal auch das Angebot an begleitenden Lernmaterialien sehr, sehr groß sein. Also es gäbe da praktisch, ich glaube, keine große Nachholzeit, die Materialien aufzubereiten. Realistischer ist ja ein Szenario, dass all diese OER-Materialien neu nachentwickelt werden müssen und dann erst noch ein bisschen dauert, bis das Material der HUM auch wieder da ist. Und das ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt wirklich in diesem Luxus-Schwelgen sehr viel Material wäre da, sehr viel OER-Material wäre da, dann ist die Frage, welche Art von Steuerungsmechanismen da dann eintreten, also welche Art von Auswahlmechanismen funktionieren, wie wird sich das auch organisieren. Und ich möchte das mit dem Qualitätsaspekt nicht so hochhängen. Ich denke, das ist auch jetzt schon ein Problem, dass die Schulbücher gar nicht so gut sind, wie wir es oft uns erwarten als Eltern und Lehrer. Also da gibt es bestimmt jetzt schon Schwierigkeiten, die wird es auch mit OER geben. Aber wie das dann genau funktioniert, ob das dann Zulassungsbeschränkungen sind, die ich mir nicht erwarten würde, sondern ich erwarte mir eher Mechanismen der gegenseitigen Kontrolle, Bewertung und Auswahl von Lehrenden, die dann hier quasi wieder einen Überblick vielleicht schaffen, den man vielleicht wieder machen muss, wenn wirklich flächendeckend OER eingesetzt wird. Was ich jetzt vielleicht eher negativ sehe oder was ich mir erwarten würde, ist sicher auch eine Gegenbewegung, die immer da ist, wenn es darum geht, irgendwas im offenen Austausch zur Verfügung zu stellen. Offen heißt ja vor allem kostenlos. Kostenlos hat immer auch die Seitenanklang von ist nicht so viel wert. Das heißt, es wird sicherlich eine Bewegung geben, die auf Exklusivität Wert legt oder behauptet, exklusiven Anspruch zu haben, weil sie etwas kostenpflichtiges ganz Besonderes urheberrechtlich geschütztes zur Verfügung stellt. Und dass da wieder Gefühle entstehen und Bedürfnisse entstehen, bei speziellen Eltern, Lehrern, Schülern, Studierenden genau dieses Angebot haben zu müssen, das vermeintlich exklusive Inhalte hat und urheberrechtlich geschützte Materialien und quasi nicht für jedermann gedacht ist und jedermann auf der Straße gedacht ist. Mein Wunsch ans Christkind. Zuallererst würde ich mir wünschen, dass die Bindungspolitik, sprich die entsprechenden Personen an den Bündungsministerien ein ganz klares Bekenntnis zur OER abliefern und sich auch keine großen Gedanken darum machen, ob sie Geschäftsmodelle so oder so gut finden und sich auch nicht von Lobbyisten der Verleger beeinflussen lassen. Es gibt andere Bereiche, in denen auch große Umwälzungen stattgefunden haben, zum Beispiel in der Branche der Enzyklopädien oder auch im Musikmarkt, wo auch keiner richtig eingegriffen hat. Ich finde das irgendwie sehr eigenartig, dass hier im Bereich OER eingegriffen werden könnte. Also ich wünsche mir da ein klares Bekenntnis, dann ist eine klare Veränderung der Förderungsbedingungen bei öffentlichen Ausschreibungen oder auch Forschungsprojekten, dass immer, wenn Lehr- oder Lehrmaterialien entwickelt werden sollen oder überhaupt Wissenscontent im weitesten Sinne entsteht, dieser immer unter einer sehr offenen Lizenz, im besten Fall der CCY, veröffentlicht werden muss, sonst kann diese Förderung nicht ausgezahlt werden. Und dann als drittes wesentlichen Punkt sehe ich, alle OER-Projekte, die bisher erfolgreich laufen im deutschsprachigen Raum, sind eigentlich mit sehr wenig öffentlichen Geldern, wenn überhaupt passiert, und sind in der Regel mit sehr, sehr viel ehrenamtlichem Aufwand. Das heißt, manchmal gibt es Grundfinanzierungen dadurch, dass es öffentliche Einrichtungen sind oder halt Universitäten, die ein Projekt initiieren. Aber bei all diesen Projekten sind immer sehr, sehr viele auch ehrenamtlich tätig. Und das wirkt sich so aus, dass es zum Beispiel eben noch viele wichtige OER-Initiativen wie das OER, die OER-Lesefibel oder das OER-Schulbuch für Englischanfänger noch nicht gibt, die aber ganz geringe notwendig wären auch, um darüber nachzudiskutieren, wie sinnvoll und wie weitreichend ist OER und wie hilfreich ist es für die Schulen. Das heißt, da müsste wirklich einfach Geld investiert werden. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Geld investiert wird, um zum Beispiel ältere Schulbücher oder die Rechte an älteren Schulbüchern aufzukaufen und diese älteren Versionen dann den allen zur Verfügung zu stellen, weil die wenigen, wahrscheinlich Fehler oder Verbesserungsoptionen, die dann notwendig sind, sind auch sehr schnell getätigt. Also das wäre meine Strategie zu sagen, wir kaufen alte Schulbücher frei, nehmen dafür öffentliche Gelder und schauen dann, was passiert. Und ich möchte aber auch darum Geduld bitten, das wird nicht sehr schnell passieren, hier entsprechende Anpassungen, weil ja zu diesen älteren oder auch zu ganz neuen Schulbüchern erst drumherum noch eine Zeit da sein muss, um entsprechend zusätzliche Materialien auch zu entwickeln, die eben notwendig sind, um ein Schulbuch wirklich auch für den Unterricht wieder attraktiv zu machen. Und auch Lehrer sind ja nicht wahnsinnig flexibel in ihrer Neuausrichtung eines ganzen Unterrichtsjahres, wenn sie das schon jahrelang vorher auf eine Art und Weise gemacht haben. Und ja, das wären so meine Wünsche ans Christkind. Also wirklich ein klares Bekenntnis im OER als obligatorische Fördergrundlage, also in allen Forschungsbereichen und Bildungssektoren. Und dann als drittes wirklich Initiativen zum Freikaufen von Schulbüchern oder zum Neuschreiben von Schulbüchern, da wo sie wirklich Impact haben, nämlich vor allem jetzt aus meiner Perspektive im Primarschulbereich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.